Einen wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren. Danke, danke, es reicht. Ich bin nicht mehr Applaus gewöhnt. Also wirklich, ich habe mir auch noch nicht mehr verdient, ich sage es ganz ehrlich. Die Hüte ist voll, man sieht die ganze Landstraße voller Menschen. Das ist schön, ihr steht schon in der ersten Reihe. Mode, bewusst, gut drauf. Ja, alle, wie immer. Super. Orange und Blau sind schon richtige Herbstfarben. Meine Damen und Herren, tolle Modeschau heute, kleiner, aber sehr, sehr feiner Laufsteg. Ich hoffe, ihr seid wirklich richtig bissig, ihr seid richtig hungrig auf die neueste Mode. Die neueste Herbst-Winter-Mode gibt es natürlich oder wird natürlich ganz, ganz fein präsentiert von Manera. Neue Straße, früher war ich da ums Heekomme. Neues Geschäft, es funkelt, es ist unheimlich schön. Die Mädels sind unheimlich toll motiviert. So, und jetzt wissen wir, die Herren sind ja eher Modemuffel, außer die Christine. Hast du einen mit? Ist ein Modemuffel? Die meisten Männer glauben, das Wort Mode kommt ja von M-O-D-E. Männer, Opfer, die Ersparnisse. Meine Herren, ihr wirst auch wirklich auf Mode schauen. Sonst bleibt es irgendwann vielleicht einmal üben oder ihr werdet ausgehungert. Und da haben wir natürlich die richtige Herren-Mode, Leonardo. Neues Geschäft, geradeaus. Bitte bleibt es jetzt aber noch da, ihr könnt es dann stürmen. Ich freue mich, die Martina, Höller-Schmidt und ihr Göttergatte, die haben das übernommen, noch einmal fein umgebaut und schaut unheimlich lässig aus, präsentieren tolle Herren-Mode. Es gibt natürlich auch die richtige Frisur, da freuen wir uns die Christina, die ist auch ganz, ganz neu. Außer beim Steiner Tor, auf der rechten Seite, Café Ulrich vorbei, in die Arkadneine. Und die hat uns heute die wunderschönen Frisuren für unsere Modelle gezaubert. So, ich möchte euch jetzt gar nicht länger auf die Folter spannen, ich habe ja da noch das Vergnügen, dass ich ein bisschen reden darf. Bühne frei und ein kräftiger Applaus, meine Damen und Herren, für Manera Mode! Bravo! Bühne frei und ein kräftiger Applaus, meine Damen und Herren! Bühne frei und ein kräftiger Applaus, meine Damen und Herren! Bühne frei und ein kräftiger Applaus, meine Damen und Herren! Bühne frei und ein kräftiger Applaus, meine Damen und Herren! Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.